Sie missachten das Überholverbot, fahren auf der falschen Straßenseite. Der junge Mann und das junge Mädchen schrecken vor nichts zurück. Auf der Ladefläche befindet sich eine gestohlene Mähmaschine. 250 Kilo zusätzliches Gewicht. Sie rasen den Hügel hinunter, missachten ein Stoppschild und kommen auf die falsche Straßenseite. Ein Streifenwagen versucht ihn den Weg zu versperren. Fahren Sie sofort rechts ran! Aber Sie ignorieren alles. Sie nähern sich einer Kreuzung. Die Ampel ist auf Rot. Das lässt sie kalt. Beide sind sofort tot. Die Aufnahmen sollen alle wachrütteln, die die Gesetze nicht respektieren.